Susi Brandt Lange und viel wurde gemunkelt, jetzt verdichten sich die Gerüchte. IFA, der größte Automobilzulieferer Sachsen-Anhalts, soll verkauft werden. Guten Abend. Die Eigentümerfamilie Natusius soll einen Käufer für den Gelenkwellenhersteller suchen. Damit würde einer der größten Arbeitgeber der Region den Besitzer wechseln. Die Mitarbeiter sind verunsichert, denn in den vergangenen Monaten wurde einigen Kollegen in Haldensleben bereits gekündigt. Etwas entspannter geht man in Hedstedt bei der Mansfelder Kupfer und Messing GmbH mit der möglichen Übernahme durch den niedersächsischen Konkurrenten KME um. Als einziger Hersteller weltweit bietet MKM Draht, Band, Rohre, Stangen und Blech aus einer Hand an. Nach vielen Gesprächen war dennoch klar, um weiter eine führende Rolle im internationalen Wettbewerb zu spielen, muss verkauft werden. Einer der Spitzenbänker des Landes wurde heute Nachmittag von allen Ämtern freigestellt. Manfred Maas ist seit 2004 in der Geschäftsleitung der Investitionsbank Sachsen-Anhalts für ziemlich viele wichtige Finanzprojekte im Land zuständig. Zuvor war der gelernte Jurist Staatssekretär und hat viele Jahre in leitenden Funktionen im Wirtschaftsministerium gearbeitet. Nun muss Manfred Maas sein Amt als IB-Chef ruhen lassen. Jede dritte Ehe wird nicht erst durch den Tod geschieden, sondern durch einen Richter. Und dann geht es natürlich auch ums bare Geld. Nach bundesdeutschem Recht bekommt auch derjenige, der eine Zeit lang nicht gearbeitet hat, hat oftmals die Frau, die Hälfte der Rentenansprüche, die der Mann erarbeitet hat. Der sogenannte Versorgungsausgleich. Dummerweise greift der nicht bei denen, die schon zu DDR-Zeiten geschieden wurden. Im Bundestag gab es jetzt endlich erste Gespräche, um dieses Problem anzugehen. Heute ist Weltblutspendetag. Gerade in den Sommermonaten, da kommt es ja immer mal wieder zu Engpässen bei der Versorgung mit Spenderblut. Deshalb erinnern die Mediziner immer wieder mal daran, doch ein bisschen etwas vom eigenen Blut abzugeben. Wer weiß, wann man selbst mal in die Situation kommt. Und ja, man braucht natürlich dann auch welches. Blutspenden rettet Leben und manchmal sogar das eigene. Jetzt stelle ich Ihnen mal einen Kollegen von mir vor. Das ist Schadi. Schadi Abo-Raschet. Er arbeitet bei MDR Sachsen-Anhalt als Hörfunktechniker. Deswegen haben wir auch ab und zu mal miteinander zu tun. Schadi ist aus Syrien geflüchtet, wie viele von den mehr als 100.000 Ausländern, die in Sachsen-Anhalt mittlerweile leben. Laut aktuellem Integrationsbericht der Landesregierung verdoppelte sich die Zahl der Ausländer in den vergangenen fünf Jahren. Und zumindest bei Schadi und seiner Familie können wir sagen, sie sind in der neuen Heimat angekommen. Musical-Fans aus ganz Deutschland haben sich in diesem Sommer Magdeburg ausgeguckt, um ihrer Leidenschaft vom Musiktheater zu frönen. Auf Magdeburgs schönstem Platz im Schatten des Doms kommt in diesem Jahr Jesus Christ Superstar von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice auf die Bühne. Und auch im Inneren des Doms wird getanzt nach, und das finde ich wirklich sehr außergewöhnlich, Orgelmusik. Wie das aussieht, erfahren Sie jetzt in unseren Kulturtipps fürs Wochenende. Und alle Fußballfans werden natürlich bis zum Nachmittag dort gewesen sein. Denn dann steht Deutschland das erste Mal bei der WM in Russland auf dem Rasen. Vor ein paar Stunden, da wurde die WM in Russland ohne viel Tamtam eröffnet. Deutschland kommt dann am Sonntag ins Spiel. Die Nationalelf muss gegen Mexiko ran. Wir wünschen uns eine heiße, scharfe Partie, genauso gut wie mexikanisches Essen. Na ja, mal abwarten, ob den Mexikanern hierzulande nicht der Appetit vergeht. Würde ich Mexiko gerade aufessen? Alexander Skjepanovic heißt der neue Cheftrainer beim Basketball-Bundesligisten Mitteldeutscher BC. Der 35-jährige Kroate übernimmt damit die Nachfolge von Igor Jovovic, der letzte Woche überraschend seinen Vertrag bei den Wölfen aufgelöst hatte. Skjepanovic war im letzten Jahr noch der Co-Trainer in Weißenfels und wird damit befördert. Angenehmes Frühlingswetter heute, denn die Temperaturen, die sind nicht über 25 Grad geklettert. Und ab dann gilt der Tag natürlich erst als Sommertag. Maira, wie geht es denn weiter? In Berlin ging es heute hoch her. Anstatt WM-Stimmung herrscht Krisenstimmung wegen des sogenannten Asylstreits. Dazu jetzt mehr bei den Kollegen von MDR aktuell. Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss!